Auch auf die Gefahr hin, nicht zu wiederholen, die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagten Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann sollt ihr Armee eben kehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle in einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Früher oder später werden die Westmächte einsehen, dass nur wir die Bolschewisten aufhalten können. Wir sind das letzte Bollwerk gegen die asiatischen Horden. Wir müssen Berlin halten, nur wenige Tage. Dann machen wir mit den Amerikanern Kippe. Ah, Monke. Sie sind da. Mein Führer. Ich habe heute den Fall Klausowitz ausgegeben. Berlin wird Fransch statt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über drei Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Mein Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Der ist keinen Argumenten zuhängig. Das wissen Sie so gut wie ich. Aber was muss getan werden? Sie verrückt. Der will uns einfach rausschmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Norpotonist. Ein rücksichtsloser Karriereist. Wie bitte?